Dein Leben lang wolltest du mehr für dich tun. Doch da waren diese Stimmen in deinem Kopf. Sie haben dir zu oft eingeredet, jetzt sei keine Zeit. Sie haben dir zu oft erzählt, dass du müde bist und dass der Tag zu lang war. Sie sagen dir gerade, das bist du. Wenn du ihnen jetzt glaubst, behalten sie recht. Noch haben sie dich nicht, aber sie fordern dich heraus. Es wird nur einen Gewinner geben. Du oder sie. Du entscheidest. Du kannst sie zum Schweigen bringen. Es geht nicht um Rekorde oder Trophäen. Es geht um dein gesundes Selbst. Um Körper, Geist und Seele. Es geht um dich.